Wo ist denn der Pisser? Da ist er ja. Ranger Jackson. Ich bin auch durchgekommen. Kann ich irgendwie helfen? Schon gut, ich gehe jetzt wieder. Kann ich ein bisschen drüben in der Kaserne, wenn Sie möchten. Ne, will aber nicht. Komm mit. Hier sind wir fertig mit den Spackos. Es gibt keinen Grund. Was ist jetzt los? Ah, okay. Müssen wir kurz warten. Let automatisch. Ich stelle mich mal auch da her. Wenn die mich angreifen, schieße ich natürlich zurück, ist klar, ne? Angesichts der wahrlichen Monströsenverhalten sind sie in der Gesellschaft in Verruf geraten. Und? Habe ich würde mal was verkaufen? Ich bin überlastet. Und wer kann denn nicht mehr gehen? Einen kurzen Augenblick speichern. Und dann Aufgaben brauche ich nicht. Waffen. Habe ich Waffen aufgucken? Messer kann ich aber rennen. Wie viel bin ich drüber? 73. Ja. Das ist natürlich schön. Oh, drei Pistolen habe ich. Ja, ja, ich weiß. Hockeymaske. Lederrüstung. Tarnuniform. Umherziehender Bötland-Outfit. Blablabla. Ja, ja. Maus bleibt da. Es wird nicht Gassi gegangen. Was haben wir denn an 108? Was haben wir denn? Was haben wir denn? Was haben wir denn? Arztasche. Okay, aufbereitetes Wasser. Buffer-Outfit. Nein, er ist abgestürzt gerade. Da, guck, schau, meine Maus. Schön. Toll. Taskmanager. Ach ja, ist er gerade. Moment. So. Ja, ist er jetzt gerade abgesürzt. Und wir sind überladen, so wie ich das sehe. Genau, wir sind überladen. Das war ja noch das, was ich machen wollte. Okay, genau. Die Pistole reparieren wir noch einmal. Messer haben wir noch, zum reparieren. Dann haben wir noch Klamotten. Aber viel wird es nicht bringen. Chameur. Warte mal ganz kurz. Chameur. Sie sind überlastet und können nicht mehr laufen. Ach, nee. Mehr kriege ich nicht. Genau, mehr kriege ich nicht. Dann haben wir ja noch unser Hilfsmittel. Das Buff-Out. Gut. Okay. Das Dienstgewehr. Habe ich eigentlich ein Dienstgewehr? Gegenstände. A, B, C, D. Ach so, Gegenstände. Dienstgewehr habe ich. Okay, dann nehme ich das Dienstgewehr. Die Munition dazu nehme ich. Die 20 ANK. Messer kann ich mir mitnehmen. Die Erkennungsmarke. Soldatenrüstung. Okay. Ja, ich weiß. Ich bin mal wieder überlastet. Wie soll es auch anders sein? Gut. Die Kohle. Die Patronen. Dienstgewehr. Messer. Patronengottrüstung. Und Soldatenhelm. Ach. Auch da. Sehr schön. Die Licht, glaube ich. Da um dich noch eine. Aber immer noch mal ganz kurz. Die Gegenstände. Ah, Klamotten. Soldatenrüstung. Soldatenhelm. Das war's. Okay. Dann das Dienstgewehr. Und ein Messer. Und danach gehen wir nach Brim. Oder soll ich erst zu Gipsen gehen? Lass mal ganz kurz gucken, wo es soll. Und dann nach Novak. Pass auf Novak. Dann gehen wir erst zu Gipsen-Schrottplatz. Verkaufen erst mal ein bisschen was. Dann habe ich wieder Gewicht zur Verfügung. Ach, ist er wieder mal am Tisch. Speisen. Jawohl. Draußen. Zeigen Sie mir Ihr Angebot. Ich weiß. Altmetall. Äh, schon ein bisschen ein Wunderkleber. Schön. Äh, 1900 hat sie. Die Pistole kriegst du. Dann Schrott kriegst du auch. Die Patronen kriegst du. Die Pistole. Den Baseball. Den Bittertrank. Was ist Bittertrank? Ach, die Pi Plus 30. Ne, brauche ich nicht. Bramin-Steak. Cowboy. Repetier. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Dynamit. Eins, zwei, drei, vier. Eichhörnchen am Stiel. Ein Schuss Flinte. Fernglas habe ich ja geklaut. Gecko-Steak. Granat-Gewehr. Hackeballchen. Hockey-Maske. Naja. Diese Scheiß-Hölzendaumt. Naja, was soll's. Jet, zwei Stück. Kaffeetasse. Wo habe ich denn die her? Kampfmesser. Kaliber 20. Karawanen-Schrottwinde. Auch nicht schlecht. Klebeband. Lederrüstung. Met-X. Messer. Metalllöffel. Äh. Nuka-Cola behalte ich. Was hat denn das eigentlich? Rad plus 2, Tee-Bee plus 2. Weg damit. Die Soldatenrüstung. Die Tarnuniform. Auch noch. Schlagring ist auch was wert. 68. Soldatenhelm. Turbo Detect Range brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Whisky brauche ich nicht. Ja, das war's dann. Jetzt gucken wir mal, was er noch kriegt hat. Neues reingereicht hat. Nichts. Also, ähm. Nicht das, was ich brauche. Ja. Jetzt gar nichts. Hab ich irgendwas übersehen? Äh. Ja, genau. Hier oben haben wir noch was. Aufbereitetes Wasser brauche ich noch. Dietrich Jung do buff out. Puff out. Wie auch immer. Hydra. Haben wir hier noch. Äh. Was haben wir denn? Die Pi plus 1 auf 8 Sekunden. Frühlingsklamotten. Oh. Brauch ich da nur 1, oder? Brauch ich da mehrere? Haben wir da 1. Da haben wir 1. Ich würde nur sagen, das reicht. Wildkürbissamen. Xanderwurzel verkaufe ich nicht. Das wie ich 2 Kilo. Okay. 0,04. Okay. Akzeptieren wir erst einmal. Geben Sie mir Bescheid, wenn Sie sonst. Ciao. Tschüss. Und, ähm, Moment. Dann stelle ich mich mal kurz daher. Äh, Klamotten. Angucken. Söldner-Aventeuer-Outfit. Das ist das da hier. Das sieht ja fürchterlich aus. Aha. Äh, dann haben wir ja noch das Frühlingskleid. Das müsste, glaube ich, das blaue. Ach, das hier. Äh, dann nehme ich doch die 4. Na, Hund? Nee, zu dir will ich doch gar nicht. Mit dir will ich quatschen. Ja, ja. Komm, komm. Hier. Ist mir ein... Gut. Äh, nachdem wir jetzt wissen, was das für eine Klamotte ist, brauchen wir sie eigentlich nicht mehr. Abenteuer- und Charmeur-Outfit. Kriegen wir 59 dafür. Akzeptiert. Ein weiterer zufriedener... Auf Wiedersehen. Ja, tschüss. Gut. Katte aufrufen. Oh, ich brüchte bitte mal. Naja, machen wir später. Ein bisschen Energie wäre nicht schlecht. Nee, machen wir Daten. Dann gehen wir jetzt zurück nach Brim, werden dort mit dem Sheriff sprechen, mit dem Neuen. Ja, das war's dann eigentlich. Danach werden wir... ...noch woanders hingehen. Ich brauche Sensor-Module. Okay. Wo ist denn der Sheriff? Der eine ist da. Und der andere hängt irgendwo da drüben rum, oder? Da ist er auch schon. Danke, dass Sie mir die Begnadigung besorgt haben. Ich und meine Jungs werden den Prim nach dem Rechten sehen. Versprochen. Ja, ja, ist doch recht. Passt schon. Erzählen Sie mir mehr... Was... Nee, wer ist Cook? Wer ist Cook? Sowas wie ein Anti-RNK-Rebell. Manchen Leuten geht es einfach gegen den Strich herumkommandiert zu werden. So wie mir. Das finde ich auch nicht, sagt Scharen. Wo kann ich Cook finden? Ist mit einigen anderen Kerlen Richtung Norden gezogen. Sagt er nicht, wohin und warum. Ich weiß nur, dass er mit der RNK noch eine Rechnung offen hat. Ja, ja. Auf Wiedersehen. Passen Sie da draußen auf sich auf. Okay. Den ganzen Schmann wieder zurückklatschen. Dankeschön. Apropos Mülltonne. Sunset, Suspirella. Naja. Mülltonne. Vorkriegskohle. Naja. Besser als gar nichts. Wann wir da vorne mal noch eine Mülltonne entstanden? Komme ich da eigentlich hin? Ja, da komme ich hin. Äh, ja. Komme ich da auch hin? Kronkorken, acht Stück. Na komm mit. Kleine Freundin. Äh, große Freundin natürlich. Ich brauche noch diese Module. Irgendwie. Wann da nicht irgendwo? Wann da doch irgendwo? Und wo? Haben wir da vorhin nicht nachgeguckt? In die Mülleimer? Hm. Komisch. Ich hätte schwören können, ich habe da nachgeguckt. Oh, guck, schau, der die Bär. Spielzeug. Vorkriegsbuch, der die Bären, Spielzeug, Spielzeug und der die Bären und Spielzeug und Vorkriegsbücher.